Hallo, ich bin Kathi Wilhelm. Ich bin heute, glaube ich, das erste Mal in der Pfalz, hier in Maikammer und grüße alle Leser des Pfalz-Echos und freue mich schon auf die Veranstaltung hier, natürlich auch den Wein, weil der soll ja hier sehr gut sein und wünsche allen eine schöne Zeit.